Wolfgang Amadeus Mozart Mozart komponierte neben seinen Symphonien und Instrumentalkonzerten rund 30 kleinere Orchesterstücke, Divertimenti, Märsche und Serenaden. Als liebenswürdige Nachfolgerin der älteren Suite sollte die Serenade der abendlichen Unterhaltung bei Hufe dienen. Mozart benannte seine Serenaden entweder nach ihrer Tonart oder nach der Persönlichkeit, der sie gewidmet waren. Das nun aufzuführende Werk nannte er einfach »Eine kleine Nachtmusik«, als hätte er gewusst, dass dieses bezaubernde Opus zum Inbegriff der klassischen Serenade werden sollte. Wolfgang Amadeus Mozart schrieb »Die kleine Nachtmusik« im Jahre 1787 für Streichorchester. Die vier Sätze tragen die Bezeichnungen »Allegro«, »Andante«, »Menuette« mit »Trio« und »Rondo«. Phase 2 »Trio«, »Äô cha«, »Ok«. «Te peieron vise. »Charler« und »S Polski» » efficient, verstehe, jornaliert die Verίαrielle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020